Es ist kurz vorm Wochenende und es sieht gut aus, zumindest mal wenn man sich den DAX anguckt. Die Amerikaner gucken uns natürlich auch noch gleich an. Der DAX-Index ist eigentlich sehr, sehr schön verlaufen, nämlich klassisch. Wir haben darüber im Laufe der Woche gesprochen mit einer Chance, dass das passiert. Das haben wir natürlich nicht gewusst, dass das so passiert, aber es war durchaus nicht unrealistisch. Ich habe vorhin noch mal eine Frage bekommen, ab wann erkennt man denn, ob irgendwas eine A, B, C ist oder eben tatsächlich ein 1, 2, 3, 4, 5. Und ein mögliches Kriterium ist, dass man einfach mal guckt, solange wir gleich groß sind, da können wir noch nicht entscheiden, ob die Bewegung eher so oder so weiter geht. Aber je weiter es in die eigentliche Trendrichtung weiter nach oben geht, je höher es dann nach oben geht, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass alles, was hier als Korrektur, also als Gegenbewegung wiederkommt, nur eine, naja, vielleicht eine fünfte Welle. Also sprich etwas, was wir ungefähr so 1, 2, 3, 4 und danach 5 auffassen können. Wir hatten es gestern ungefähr so gezeichnet. Es ist jetzt tatsächlich so gekommen, aber das weiß man nicht sicher im Vorhinein. Aber jetzt sehen wir dieses Verhaltensmuster. Das heißt, wir hatten so eine Situation hier vorne, wackelig und die Erwartungshaltung, dass es sich fortsetzt. Jetzt sind wir wieder im Fünffälligen. Seht ihr, hier habt ihr es im Kleinen. 1, 2, 3, 4, 5 gehabt und wackelig runter. Jetzt haben wir das eine Nummer größer hier im Index. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön, wenn ich das hier mal angucke. Und das sollten wir uns mal einmal kurz theoretisch angucken. So sieht nämlich normalerweise eine Trendbewegung aus. Wir sind so 1, 2, 3, 4, 5. Da gibt es zwischendurch mal Rücksetzer. Die sind aber meistens voneinander getrennt. Insbesondere, wenn es ein Impuls sein soll, sollten die nicht überschneidend sein. So, und ihr seht schon das Fraktale. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht. Ihr seht, dass diese Struktur auch hier im Kleinen drin ist. Das heißt, wenn wir vorne so eine 1, 2, 3, 4, 5 haben und anschließend kommt eine A, B, C, ist die Chance, dass es danach noch weiter geht in die Aufwärtsrichtung, relativ hoch. Das heißt, wir haben eine nicht ganz schlechte Chance, dass als nächstes nach diesem 1, 2, 3, 4, 5, was wir jetzt gesehen haben, eine Korrektur kommt. Und wenn es nur eine Korrektur ist, das können wir immer so ein bisschen abschätzen, wenn er durch diese Zwischenhochs läuft, dass anschließend die Bewegung sich nochmal fortsetzt. Ja, aber ist das das einzige Verlaufsmuster? Nein, es gibt ja noch ein anderes, klassisches, ein Zigzag. Da seht ihr auch 1, 2, 3, 4, 5. Auch dann kommt als nächstes mal eine Korrektur. Und nach dieser Korrektur, zum Beispiel, wenn das hier oben diese Zwischenmarke triggert, wäre das die Fortsetzung hier oben. Egal, welches Verhaltensmuster hier klassifiziert ist, immer wenn ihr so eine 1, 2, 3, 4, 5 seht, anschließende Korrektur, müsste es stark in diese Trendrichtung weiterlaufen. Es gibt nur ein einziges Verhaltensmuster, das anders ist. Hier seht ihr auch 1, 2, 3, 4, 5. Und damit ist aber dieses gesamte Bewegungsmuster zu Ende. Da das aufwärts ist, wenn aufwärts also zu Ende ist, müsste es danach deutlich nach unten gehen. So, und jetzt gucken wir mal, wie sieht dieses aus? Dann müsste vor diesem Impuls so eine A, B, C hoch, A, B, C runter, so ganz grob zumindest mal, das irgendwie laufen. Jetzt gucken wir mal, was hatten wir hier? Wenn das unser 1, 2, 3, 4, 5 ist in etwa. Nur wenn wir hier A, B, C, A, B, C hätten, dann ist es sehr realistisch, dass damit dieses gesamte Verlaufsverhalten von hier bis da zu Ende ist und als nächstes eine starke Abwärtsbewegung nochmal kommt. Aber das passt nicht. Das hatten wir hier nicht. Das lässt vermuten, dass das wahrscheinlichste Bild ist, dass das eine erste Welle ist, die so in etwa aussieht. Und das lässt vermuten, dass nach der Korrektur, wo immer die jetzt kommt, es muss nicht sein, dass die jetzt sofort kommt, kann sein, dass die erst noch später kommt, dass der Kurs noch weiter steigt, aber dass nach der Korrektur quasi das, was wir hier vorne hatten, also dieses Teilstück hier mal, dass sich das nochmal fortsetzt, à la erste Welle, dann ist das die zweite und dann kommt hier die dritte oder die C-Welle. Das ist genau dann entweder, das haben wir gesehen, das ist dieser Rücksetzer, der irgendwann jetzt wohl kommen wird und wenn er das Ganze triggert nach oben, dann eine gute Voraussetzung, Fortsetzung hat oder zumindest nachdem den gute Voraussetzungen für eine Fortsetzung hat. Das heißt, das aktuelle Bild spricht dafür, dass wir auf den kleinen Zeitebenen bald, vielleicht schon ab sofort, aber in Kürze, einen Rücksetzer zu erwarten haben, eine Korrektur und wenn diese Korrektur zu Ende ist und eine mögliche Maßgabe dafür, könnte sein, wenn es dieses Zwischenhoch hier eben reißt. Also immer so diese Marke merken. Übrigens, das ist nicht immer A, B, C, manchmal ist das auch irgendwie so, dann kann man aber dann entsprechend auch das letzte Zwischenhoch hier nehmen. Also entweder dynamisch hoch, wackelig runter oder wenn nicht so allgemein flapsig dynamisch, dann halt von mir aus eine A, B, C. Beides sind typische Korrekturmuster, wenn er das durchstößt, eher Erwartungshaltung, dass er das vorne, da hinten nochmal macht. Also erstmal gute Voraussetzungen und je nachdem, wo diese Korrektur anfängt und auch wie groß die ist, sprich, wo der Startpunkt dieser Bewegung ist, haben wir Chancen nochmal, zumindest in die Nähe der 1500er Marke zu laufen. Vielleicht nicht ganz so weit, vielleicht geht es nur bis hierhin, vielleicht geht es sogar ein bisschen weiter, aber das erstmal als so eine grobe Orientierung, aber aus meiner Sicht sinnvollerweise erst nach dieser Korrektur. Natürlich kann es vorher noch ein bisschen weiter steigen, das wissen wir nicht, aber typisch wäre, dass wir jetzt bald in diese Korrektur kommen. Die würde ich erst abwarten, um dann die nächste Aufwärtsrichtung zu handeln. Kurzer Einschub. War das nicht der Kauz, der gesagt hat, 8000 beim DAX? Ja, die 8000 ist davon völlig unberührt. Die 8000 ist ja nicht, dass die jetzt sofort darunter fallen muss. Das ist ja nicht gegeben, dass das immer auf dem direkten Weg ist. Wir sehen ja, dass dieses Verhaltensmuster, gehen wir nochmal ganz kurz auf dieses um, durchaus auch auf dem Weg nach unten zwischendurch mal Gegenbewegungen, Pausen hat. Ja, also hier wäre sozusagen die 8000. Das war hier dann sozusagen die Bewegung, die wir vorher hatten. Und das wäre so die aktuelle Bewegung, die wir haben. Und die Alternative dazu, ich will jetzt nicht zu sehr in die Theorie eingreifen, wäre ein Double Side Race. Das ist so ein bisschen eine Spielart. Auch dort gibt es eine erste starke Abwärtsbewegung. Vielleicht haben wir die gerade gehabt. Vielleicht ist das die Korrektur, die wir jetzt gerade erleben und anschließend nochmal runter. Das ist also im Moment noch nicht gesagt. Es muss ja auch nicht so kommen. Die Aussage ist ja nicht Leute, ihr könnt euch sicher sein, dass das passiert. Die Aussage ist ja gewesen, die Wahrscheinlichkeit dafür hat sich maßgeblich erhöht. Aber wir kennen das alle, nicht immer passiert das Wahrscheinlichste. Nur wir dürfen nicht sagen, das ist jetzt recht wahrscheinlich, dass das unmöglich ist. Das sollten wir nicht haben. Wir haben jetzt viele Artikel, viele Berichte gehört auch, dass wir die nächste Krise haben. Viele hoffen ja noch drauf, wenn wir in der Ukraine wieder Frieden haben, ist die Krise beendet. Andere sagen, den wirtschaftlichen Schaden, den wir durch die Sanktionen, durch die Maßnahmen jetzt schon alleine haben, ist schon immens und wenn dann noch die Lebensmittelpreise steigen, weil einfach jetzt Ernteausfälle da sind, denn wenn es nicht jetzt bald dazu kommt, dass ausgesät wird, wird eine Ernte flachfallen und das wird die Preise weiter enorm in die Höhe treiben. Keine Ahnung, ob das ausreicht, um den Kurs hier runter zu treiben, ob die Angst, die Sorge dann groß genug ist, dass das hier passiert. Also ich möchte nicht sagen, das muss passieren, aber die Tür bleibt offen, auch wenn wir vielleicht auf dem Weg dahin noch mal eine Gegenbewegung haben, auch bis 15.000. Kein Problem, dass es dann anschließend noch mal so läuft und dann seht ihr, das ist wieder genau diese Fünffälligkeit, die wir hier ja quasi nicht in diesem Fall, aber in diesem Fall hier hinten haben. Also das wäre quasi die Bewegung, die wir jetzt haben. Das beißt sich also überhaupt nicht. Nur wir wollen jetzt nicht über das große Bild reden, wir reden jetzt über dieses kleine und dieses kleine Bild ist klassischerweise eine Korrektur und damit auf jeden Fall irgendwie sowas wie dieses hier und damit die Chance, dass es da noch mal ein bisschen weiter nach oben geht, absolut gegeben. Also gar nicht so schlechte Voraussetzung für den DAX vorläufig. Allerdings aufgrund dieses typischen Bewegungsmusters, es muss ja nicht immer typisch sein, häufig höre ich dann immer, ja, aber das weiß man ja nicht, es stimmt, das weiß ich nicht, das weiß ich natürlich auch nicht, ob das so kommt, aber das wäre das typische Verhalten und ihr habt ja hier vorne schon gesehen und das haben wir ja vorher schon angekündigt, dass das passiert, nicht weil wir Weissager oder Vorhersager sind, sondern weil wir sagen, so sehr ist typisch aus und ja, der Markt hat sich daran gehalten, aus welchen Gründen auch immer, nicht so sehr, weil ich das gesagt habe, sondern weil er das halt gerne und regelmäßig nach diesen Verhaltensmustern macht und dabei spielt es gar keine große Rolle, ob das im großen Bild auf Monatsbasis ist und dann ABC runter oder ob das hier im winzigen kleinen, zum Beispiel 15-Minuten-Chart ist, 1, 2, 3, 4, 5 und dann wackele ich hier runter. Ihr seht, das ist etwas, was der fraktalen Struktur, der Marktteilnehmerverhalten immer wieder entspricht und deshalb durchaus universell anwendbar ist. So, jetzt wollen wir aber mindestens, auch wenn wir hier dieses kleine Lehrstück dann nochmal mit eingebaut haben, wie sowas einzuschätzen ist, das Bild nochmal hier für den amerikanischen Markt uns anschauen, der amerikanische Markt im Moment ja immerhin nach oben, das ist jetzt hier so der 5-Minuten-Chart, aber ihr seht schon, ich finde das nicht attraktiv für einen echten Bullenmarkt. Teile daraus schon, also hier sehen wir ja, dass wir einigermaßen stark hoch sind, dann hier einigermaßen wackelig, aber viel zu viele Kursüberschneidungen, das heißt, aus meiner Sicht ist das im Moment so ein halbes Aufbäumen, warum nicht hier auch mal ein bisschen tiefer gehen, vielleicht sogar diese Tiefmarke nochmal durchstoßen, das ist bei 32.000 in etwa hier, ich mache es mal einmal groß, dass ihr das alte Bild, da habe ich noch gar nichts neu gezeichnet, das ist das von gestern mehr oder weniger, aber es hat sich ja auch nicht wirklich was ergeben, nur weil wir jetzt ein neues hoch haben, sieht die insgesamte Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, ja nach wie vor eher korrektiv aus. Wir hatten allerdings bei Gold gesehen, ich will jetzt Gold in dem Moment nicht zeigen, dass es trotzdem zu Ausbrüchen nach oben kommen kann, das ist also nicht gesagt, das muss jetzt genauso sein, aber ich sage mal, wenn wir diese Tiefmarke durchstoßen, das ist die vom Nachmittagszehnte, also von gestern, wenn wir die durchstoßen, dann bin ich mir eigentlich eher auf der Abwärtsseite mit Erwartungshaltung, dass wir auch diese Tiefs nochmal sehen, also die 32 relativ realistisch ist, solange wir oberhalb bleiben, naja gut, kann ja auch das insgesamt noch eine Aufwärtsbewegung erst werden und dann wird neu entschieden, ob der Markt hier wirklich Power hat oder ob er nicht sagt, naja, wieder ein Korrektivmuster und dann gehen wir erst runter. Also ihr seht, ihr müsst euch leider da immer hin und her hangeln, viele sagen, das ist mir zu schwammig, ich würde gerne eine klare Aussage, also klare Aussage, wenn er dieses Tief, ich habe es jetzt eben genannt, wenn er das nach unten durchstößt, ist es sehr realistisch, dass wir irgendwo ungefähr hier landen, vielleicht auch etwas tiefer, vielleicht auch etwas höher, aber dann haben wir dieses hier als vorläufige Strecke auf jeden Fall mal. Jetzt hier an dieser Stelle zu Shorten im 4-Stunden-Chart macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Wenn der Markt tatsächlich bis an die Oberseite dieses Trendkanals kommt, ungefähr, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, ob er das steil macht oder ob er da länger braucht, dann sind die Werte anders, aber ungefähr bei 34.500 in etwa, kann ein bisschen tiefer sein, kann auch 400 sein, da wird neu entschieden, ob der Kurs eben dreht. Konkreter kann man das nicht sagen, was soll ich euch da jetzt sagen, es passiert genau das und das. Ich weiß, das wünschen sich viele, aber aus meiner Sicht spricht das nicht unbedingt von Markterfahrung. Viele wünschen sich natürlich, ich will jetzt hier irgendeinen Heini, Guru oder sonst irgendwas und der soll mir einfach sagen, soll ich kaufen oder nicht und ab dann will ich nur noch positive Trades. Fände ich auch cool, so ein Typ, der wird auch bei mir ordentlich gefüttert werden, aber sowas gibt es natürlich nicht. Wir müssen uns an diesen Marken eben entsprechend orientieren. Für die Intraday ganz kurzfristigen wäre sicherlich dieses Zwischenhoch, was wir hier haben, eine Möglichkeit hier vorläufig auf die Long-Seite zu gehen, denn das war immerhin die starke, das war offensichtlich die schwache Seite dann. Eine Alternative ist es hier, auf die wackeligen Rücksetzer zu setzen, um dann eben vielleicht auf niedrigerem Niveau, also wer aktiver ist, der freut sich dann, das auf kleinerer Ebene wiederzufinden. Also immer wenn ihr dieses ABC-Verhaltensmuster oder wackelige Verhaltensmuster habt, könnt ihr die Zwischenhochs als einen vorläufigen Long-Trigger nehmen. Nicht mit der Gewissheit, dass das immer positiv ist, aber mit der Gewissheit, dass das Chance-Risiko-Verhältnis viel besser zu euren Gunsten ist. Das ist die Aussage, die dahinter steckt, deshalb meine Einladung, sich dieses genau nochmal anzugucken. So, viel mehr kann man hier nicht sagen, das ist relativ vom Grundsatz ähnlich bei den unterschiedlichen Indizes, aber der 5-Minuten-Chart, wie ich ihn hier jetzt sehe beim S&P 500, hat die letzte starke Bewegung nach unten. Wenn wir jetzt eine ABC bekommen, die ungefähr, nein, ziemlich genau, in diesem Bereich reicht, komm, ich mache es nochmal groß hier für euch, von oben gemessen bis unten, klassische Korrekturmuster gehen hier rein in dieses Ding. Wenn wir da rein, ABC-mäßig gehen, wäre das ein Trigger für die Short-Seite. Konkreter kann ich es nicht machen. Ich verstehe zwar, dass ich euch wünsche, mach es doch konkreter, aber ich habe diesen Tiefpunkt noch nicht, den muss er jetzt machen. Was soll ich euch denn jetzt hier vorkauen? Ich weiß ja noch nicht, es kann ja auch sein, dass diese Bewegung jetzt so aussehen wird. Dann ist das natürlich mein Trigger. Aber ich glaube, das ist eine zumutbare Aufgabe, die ich euch delegiere. Achtet drauf, wo sind diese Zwischentiefs und wenn ihr es nicht gut erkennt, lasst es halt sein. Wenn der Kurs drüber hinaus geht, also hier drüber über diesen Bereich hier, dann würde ich sagen, lasst es mal leer sein. Spätestens, wenn er hier ist, ist das jetzt kein Ansatz mehr. Dann passt auch das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis. Das hatten wir vorne. Nehmen wir mal an, das bleibt bei diesem Hoch, also es bleibt ungefähr, muss nicht exakt die Marke sein, aber in dieser Zone hier macht er das, er triggert das. Dann seht ihr, theoretisch habt ihr dieses Risiko und wenn ihr den 78er stoppt habt, habt ihr sogar nur dieses Risiko und habt diese Gewinnerwartung. Was soll ich mehr erzählen? Einfacher wird es nicht mehr. So tradet man zum Beispiel. Es gibt natürlich verschiedene Trading-Ansätze, aber das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Orientierung, damit man das schon mal weiß. Ihr könnt das natürlich garnieren nochmal mit euren Lieblings-Indikatoren beispielsweise oder mit Kerzen-Pattern, wenn ihr sagt, Mensch, ich will dann auch gerne noch eine Wendekerze haben irgendwo, finde ich alles super, dürft ihr natürlich ergänzen, aber im Wesentlichen achtet drauf, ist das stark und ist diese Seite wirklich schwach, dann habt ihr auch einen entsprechenden Trigger und in so einer Phase hier, dann ist die Seite stark gewesen, aber die auch stark, hätte ich keine Long-Position eingehen können, weil die nicht schwach ist. Hier wiederum habt ihr eine starke Seite und eine deutlich schwächere Abwärtsseite, habt ihr auch wieder einen Trigger. Also es ist nicht so, dass ich in jeder Situation das gut finde, hier zum Beispiel stark aufwärts, super, aber leider nicht wackelig. Da hätte ich keinen Einstieg gefunden. Ihr seht also, regelmäßig führt das dazu, dass man keinen Einstieg findet, aber immer wieder gibt es gute Gelegenheiten dort, diese Situation zu nutzen und wenn ihr sagt, ja, aber hier hätte es zum Beispiel nicht funktioniert, da ist auch wackelig, da ist der Kurs zwar nach oben gegangen, aber nicht so weit, richtig, aber wenn ihr hier reingekommen wärt, dann hättet ihr sicherlich den Stopp vielleicht schon mal ein bisschen nachziehen können und selbst wenn nicht, war das euer Risiko und eure Gewinnerwartung irgendwie weit da oben. Das passt in diesem Fall nicht ganz so sehr, wenn mich länger verfolgt, weiß, fünfte Wellen handeln wir nicht, weil die fünften Wellen kürzer sind. Und warum ist es die fünfte? Naja, die Bewegung hat hier begonnen, 1, 2, 3, 4, die fünften sind meistens nicht mehr so lang wie die davor, das heißt, da geht man dann natürlich nicht mehr long mit einer Erwartung, dass es da oben hingeht, sondern hier. Aber das ist vielleicht eine Stufe zu kompliziert an dieser Stelle, da das auf jeden Fall die erste Bewegung ist, denn der Kurs kam von unten, wenn es hier wackelig hoch geht, können wir in diesem Fall sagen, kommt ja dann hier die dritte und dann haben wir wieder die 1 zu 1 Situation. Probiert es mal aus, schaut es euch einfach mal an, ihr müsst es ja nicht traden unbedingt, wenn ihr nicht sicher seid oder wenn ihr sagt, da weiß ich noch nicht so richtig, aber ich denke mal, es lohnt sich das mindestens als eine Einschätzung schon mal mitzunehmen, dann könnt ihr das mit euren Lieblingshandelsansätzen natürlich super gerne auch kombinieren und sagen, ja, einem Short-Einstieg wäre jetzt gut, ich habe aber einen anderen Trigger, wo ich reinkomme, ich warte nicht auf dieses Zwischentief, ich mache das auf eine andere Art und Weise, bitte schön, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber es ist eine andere Geschichte und wird ein andermal erzählt. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.